So, ich habe jetzt hier draußen gerade jemanden getroffen und der hat mir gesagt, er ist auch Musiker und er möchte gerne mal hier Solo spielen und hat auch ein ganz besonderes Instrument mitgebracht. Stimmt das? Echt? Hast du das dabei? Ja, na klar. Das ist eine Maultrommel. Ah, ein Instrument auf Rädern. Das wird spannend. Was brauchst du denn jetzt noch dazu? Stuhl, haben wir einen Stuhl? Ah, wer saß denn da vorher? Sehr schön. Jetzt wollen wir aber auch wissen, was das für ein Instrument ist. Sollen wir es mal lüften? Sollen wir es mal aufmachen? Was? Das ist ganz was Seltenes. Und damit kann man Musik machen. Echt? Brauchst du noch was dazu? So, also wenn das ein Instrument ist und da Musik rauskommt, dann wollen wir es auch gut hören. Machen wir dich ein bisschen lauter. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Damen und Herren, Josef Kulötzer Applaus 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 Applaus